Jau Leute, ich wollte euch nur kurz vorweg sagen, haben wir einfach alle Pint of Interest von The Long Drive abgehakt. Das bedeutet für uns, wir fahren auf eine nächste Ebene und zwar gibt es jetzt nur noch den Weg und wir. Und was das genau bedeutet, erfährt ihr in diesem Video. Das bedeutet, wir laden jetzt alles ein und dann geht's weiter. Oh, ist auch leer. Okay, habe ich schon umgefüllt. Let's go. Eck zu Eck. Bist du fest? Du bist fest. Dich kommt dann auch noch so dahin. Ja, ist kritisch, aber könnten wir vielleicht tragen. Wir sind ja starke Menschen. So, zaghaft, zaghaft. Geh mal. Mann, du Hure, Arschl, was? Warte mal, wir müssen gucken, dass nichts verbuggt ist. Scheiß Hasen, die. Die Scheißhasen, Alter. Ich will die Hasen ausrotten. Wir waren schon fast am Ziel, aber wir müssen nochmal hochtragen. Zaghaft. So, und fast so. Let's go, oder? Danke für die Info, Julian. Man kann mit ihr alles ausstellen. Vielen Dank. Shoutout geht raus. Hier. Na gut, das könnte ein wenig länger dauern. Es existiert Nebel bei uns jetzt. Wow, wow, wow. Das Wetter verändert sich, Leute. Was haltet ihr davon? Schreibt gerne mal einen Kommentar dazu. Wow. OMG. Komm, komm, jetzt die Nebelnänden. Oh, oh. 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 Oh, play am Start. 60 Stunden, so lange du half. Yeah. Ne? Yeah. Einfach der krasse Boss. Danke, danke. So. Geil. Hammer, oder? Wasser. Lol. Empty. Diesel. Und Öl noch. Was ist wichtiger? Alkohol, oder? Alkohol ist wichtiger. Machen wir Alkohol rein. Alkohol ist wichtiger. Ja, tue, Mann. Saufen. Na klar, ich sieb mir die Scheiße jetzt weg auf X. Let's go. Lel, lel, lel. So meine Gühnen. Wow. So. Wow. Zweites geschafft, wir salfen. Wir randen. Es regnet. Lol. Aber ich hoffe, das ist kein Acid-Regen. Wir salfen mal kurz. Also in meiner Jugend gab es sowas nicht. So lange Zeit kein Regen mehr. Wie man sieht, in der Gegend. Wurde mal wieder Zeit, dass der Boden befruchtet wird. Dass irgendwann mal wieder Leben entstehen kann. Wisst ihr das? War no joke. Die Ratten können mir fernbleiben. Essen. 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 Würstchen. Essen. Nackter Fuß. Smash. Aber darf man leider nicht essen. Essen. Kein Essen. Sortier doch schon mal in die Kühlschränke ein. Ja. Hätte man machen können. So. Lass uns jetzt mal einräumen. So. Wir machen mal beim Glänzenden. Das Fleisch rein. Weil. Bisschen so auf Hygiene und so. So. Warte. Ich muss mal kurz mein Hörnchen hier hinlegen. So. Was haben wir jetzt? Oh. Guck mal. Wir haben noch so eine Platte. Nehmen wir das hier noch. Und vorsichtig. So. Wie heißt du nochmal auf YouTube? Add Furname. Jo. Was soll ich? Stopp. Nicht. Macht nicht. Och Mann. Was soll denn das? Es kommt Sturm. Aber ich wusste ja nicht, dass sie wegrollen. Stopp. Nein. Meine Sexpuppe. So. Let's go. Ach Mann. Was soll denn das? Was passiert hier? Stopp. Ist das der besagte Wirbelsturm? Tornado. Och nein. Was passiert hier? Es wird schwarz. What the hell? Äh Leute. Kommt jetzt gleich hier up Ryan oder was? Die reine Hölle. Wir müssen jetzt mal kurz ab. Hahaha. Wir schlafen mal ganz kurz. Lol. Hätten wir jetzt wirklich den Tornado einfach verschlafen können und somit Zeit gespart? Nicht. Geh weg. Okay. Was ist da explodiert? Hä? Der Motor. Aber der fährt doch noch. Hä? Hä? Okay. Dann fahren wir eben mit einem kaputten Motor. Mir ist scheiß alles egal. Egal war wahrscheinlich eh nicht wichtig. Hä? Oh ja. War nicht wichtig. Hm. Okay. Die ganze Armee von Hasen kommen jetzt. Warte mal. Los, los, los. Ist dein Auto eigentlich TÜV geprüft? Da ich ja leider der einzigste Überlebende bin, muss ich halt selber das TÜV-Abzeichen ankleben, weißt du? Und mir halt TÜV verschreiben lassen. Aber ich bin mit mir selber noch ziemlich unzufrieden. Also nein, es hat noch kein TÜV. Und wenn ich dann mal wieder Schizo bin und zum Polizist werde, werde ich mich wahrscheinlich dann auch selbst verhaften, weißt du? Muss halt schließlich alles selber machen. So, da ist die Straße, da hinten. Alter, ich muss langsam schlafen gehen. Ich habe gerade einen Dinosaurier gesehen. Also for real. Ich habe gerade gedacht, das wäre ein Dinosaurier. Na gut. Alter geht's? Sind Sie nicht ausgestorben? Ich hoffe. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Steine geht weg. Alter, wird das immer nebliger? Ich sehe gar nichts mehr. Oh. Kaktus. Boah, bin ich hübsch. Oh, Kaktus. Lol. Ah ja, okay. So. Bitte funktionier. Überwiegend Wasser. True. Und einen leichten Tropfen Blut. Das wäre für Vampire einen leichten Cocktail, wisst ihr? Ey, wir haben die Straße erreicht. Hattet ihr das gedacht? Ah, los. Let's fucking go. Wir safen ganz kurz. So auf Qt. Oh, unser... Wow, guck mal. Ja, oh, wie schnell. Stopp. Au. Nein, oh Gott. Warum wir... Was? Stopp. Nein. Lass mich raus. Piss dich. Schnell, 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 schnell. Geh weg, geh weg. Hä? Komm her. Komm her, du Bastard. Ich bin hier. Der Rabauke. Hier. Scheiß auf deine Tür. Es soll ziehen. Dass du krank wirst und elendig krepierst, Mann. Oh. Das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Ey, wir müssen aufpassen. Die Polizei jagt uns ja immer noch, weißt du, wisst ihr? Schnell, schnell, schnell. Es ist nichts passiert. Wir waren lieb. Eine Sekunde auf der Straße und bist in Frankfurt. Ja, das ist halt ein bisschen kritisch. Vielleicht war das mal Frankfurt. Achso, wir wollten uns helfen. So. Oh, wie hoch denn noch? Guck mal. Bist du ganz nach oben, oder was? Jo, es blitzt. Jo, ein UFO. Äh, was passiert? Ja, was? Rot. Ein Haus. Was passiert denn hier alles? Komm gar nicht mal hinterher, Mann. Oh, neues Auto. Guck mal. Er fährt mit uns diesmal. Möchte wahrscheinlich nicht meinen Bounty schnappen. Haben wir genug Auftrieb? Oder sind wir zu schwer jetzt? Ja, wo fahren wir denn hoch? So, jetzt, oder? Oder ist das der Regen? Zu viel Gewicht. Nein, 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 nein. Du lügst. Und lügen darf man nicht sagen. Durch lügen, darf man sagen. Okay. Jetzt geht's wieder. Guck mal, das war, hier sieht man's. Das war die Stelle, die arg war. Aber jetzt funktioniert's. Hab ja Ehre wie jeder hier. Du. Nein, du schon wieder, Mann. Warte mal, ich muss mal ein paar Leute töten jetzt. Cheese, Schafes genommen. Ah. Beim, Junge, deine Fresse. Schieb dich, du Miststück. Hier, Mann. Friss das, du. Ich roll dich den Berg runter, Mann. Das hast du verdient. Lol. Ach. Kann ich dich nicht runterrollen, Pugo? Warte mal kurz. Aha, aha, heha. Sind das Hühner? Fucking Hühnerbeat. Let's go. So, Tobo, Tobo, Tobo. Wir haben den Berg erklommen. Wie hoch sind wir gerade? Können wir eigentlich noch atmen? Let's pooping. Krass, 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 krass. Der Hase ist nass, nass. Ich hab irgendwie, ich hab irgendwie Bock mit Vollcaro jetzt da runterzufahren. Ha. Cool. Einfach so. Mal gucken, was passiert, Leute. Yippie. Let's go. Speed over the 1000. Yo, yo, yo. Oh. Na gut, wir tun's nochmal. Wichtig, wichtig, wichtig. Schill, schill, schill. Nicht, Gas. Geil, geil. Turbo, Turbo, Turbo. Turbo. Ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Push dich. Noch ein bisschen schneller. Oh, Strein. Wichtig, wichtig. Oh, let's go. Ne, also habt ihr das gesehen? Ich könnte Sportwagen fahren, oder? Das hab ich ja so nice runtergetribbelt. Also, gut gemacht, Föhnheim. Gerne geschehen, Föhnheim. Oha, was für ein Rennfahrer. Ey, Wolfi. Nur für euch? Warte mal, ich muss mal kurz unschuldige Leute ermäucheln. Ich hab irgendwie einen Kink entwickelt. Ey, fahr weiter. Ihr, also, hier gibt's nichts zu sehen. Fahr weiter, Mann. Fahr weiter. Na, kann ich mal weiterfahren. So, jetzt stirbst du auch, du Wichskobolt. Loll. So, einfach auf süß gefickt, wisst ihr. Wapada. Wir tun mal schlafen, oder? Bei der Fahrt, würde ich mal sagen. Baste, stopp. Oh! Oh nein, der Sturm kommt schon wieder. Na, hoffentlich fliegen wir nicht weg. Und meine Palette da oben auch nicht. Yo, wieder. Oh nein, auch nicht schon wieder so einer. Viel, sondern der verkrackte Garfield. Wir safen mal kurz, weil ich runterrattern möchte. Yo, guck mal, da war's. Danasa. Anahana. Turbo. Fuck. Man sieht nichts. Was ist das? Holy shit, was ist los? Und? Vollbremsung. Stopp, 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 stopp. Hä? Wir können clean fahren, oder? Ich bin selber erstaunt. Ja, komm, push mich mal. Yo, was ist das denn? Warte mal, wir müssen den mal aufhalten. Das ist ja ein Riesenauto. Na, komm, push mich. Danke. Der nur? Wo ist das Auto hin? Was, 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 was? Was soll das? Du Hurensohn. Wo ist einfach mein Auto stibitzen? Hä? Noch ein Pint of Entrust? Lol. 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 So, wir gucken mal. Leute, Leute, Leute. Wollen wir mal noch eine Stunde eine Pause-Session machen? Warte mal, warte mal. Wir safen mal ganz kurz. Mal gucken, wie viel Stau wir verursachen dann. So, Velo. Warte. Alle guten Dinge sind drei. Geil. Fahr, fahr, fahr. Mann, aber guck mal, so viele Euro-Paletten. Da hinten ist ein Schiff. Wir fahren gleich weiter. Okay, Emil. Komm her, ich habe keine Angst. Lol. Öl, haben wir genug? Brauchen wir nicht? Nehmen wir das mit? Schnell, schnell, schnell. Warte mal. Wollen wir mal gucken, ob Kühlschränke existieren? Dann könnten wir vielleicht hier auch eine Dreierreihe machen. Nee, keine Kühlschränke. So, warte mal. Wie sieht es aus? Oh, wir müssen essen. Wir pissen mal kurz. Fiebertraum braucht man eigentlich manchmal, oder? Dafür stehe ich. Hier kann man high sein, ohne Stoff einzunehmen. Das passiert, wenn ihr Föhnnehmen schaut. So, wäre das machbar, denn hier noch was ranzubauen? Oh, das geht nicht. Warte mal. Oder wir müssen so bauen. Guck mal. Ja, komm, wir bauen so. Scheint, wir müssen ein bisschen bauen jetzt. Okay. So. Geil. Ah. What's pooping? Noch ein bisschen weiter runter, damit glücklich. So, guck mal. Das hatte ich vor. Toppy? Crazy. Wie findet ihr? Hältst du? Hältst du? Äh, falsch gehalten. Äh, falsch gehalten. Ach, scheiß drauf. Ich hole jetzt erstmal alles hier aus dem Haus raus. Bäm, Junge. Bäm, Junge. Bäm, Junge. Bäm, Mädchen. Bäm, Mädchen. Hä, cool. Ist mir ein bisschen zu dunkel, oder? Moment. Das ist diskriminierend für die anderen. Oh. Bäm, ihr alle anderen. Alles clean? Ah. Und alle anderen Wesen. Und alle Objekte. Bäm, Junge. Kapalol. Wie macht man das? Na, aber das kriegt man raus. Guck mal, jetzt so. Bist du wenigstens hip? Boah, guck mal. Der hat, der hat, der wollte. Er wollte mitkommen. Es tut mir leid, aber in so lang es schweift, muss man auch mal basteln mit mir leben. Und alle anderen Wesen, der hat, der hat, der hat, der hat. Alter, warum fixiert sich das nicht? Ach, weil es falsch rum ist. Oh. Ich verkaufe dich wieder, Feuerhaus der Rhein bis 24. Danke, Quack. Ja Mann, der Quack ist heimlich im Lurk. Wird aufpassen. Wegen dir habe ich gerade auf die Tür geschaut. Habe ich geklopft gerade? Wegen Vile Lurk von Cracky. Ach, oh Gott. Ach, es tut so weh. Mann. Ich bin eigentlich ganz fluffiger und ich verstehe viel mehr. Weißt du, jetzt, jetzt, clicky. Guck mal, Leute, so fühle ich mich gerade. Ich bin einfach out of space mit meinen Gedanken. Okay, das brauchen wir nicht. Oh, hier oben ist noch was. Quack. Dann sind wir ready, Shirt. Poggers in den Shirt. Pepe, Poggers in den Shirt. Okay, let's go. Wir sterben. Und woppa da. Und los geht's. Los, los, los. Wir safen. Let's go. Nice, 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 nice. Ruhig, 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 ruhig. Was? Yo. Habt ihr das gesehen, hä? Wie insane. Wir sind sogar auf den Reif wieder gelandet. Och. Du Huchensohn. Ich muss mal kurz, ich muss mal kurz. Kann ich hier raus? Junge. Warte, geht's? Da ist ein Schiff. Helfen wir mal? Ja. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, wir launen nochmal, oder? Und wir machen mal einen Abstecher da hin, oder? Machen wir mal ganz kurz. Fluffig, fluffig. Chill und Speed, Speed, Speed. Und fluffig, fluffig. Fluffig. Immer noch fluffig. Und Speed, Speed, Speed. Und fluffig, fluffig. Bubo, Tubo. Und fluffig. So, ruhig, ruhig, ruhig. Schön, dass du auch... Wollen wir das erstmal erst looten, wenn wir das Dorf bauen. So, auf der Straße schlafen wir dann erstmal. Ich bin schon seit drei Tagen live, also meine Stimme könnte vielleicht ein wenig frechig sein, aber ich hoffe, das passt noch. Ein paar Euro-Paletten bekommen. Da ist doch was, oder? Komm, wir gehen einfach da lang. Wir jagen jetzt die Euro-Paletten hinterher. Das ist schon wieder so ein Ding, oder? Oh, unser Sprit ist leer, genau da. Genau passend, alright. Schön einparken. Let's go. So, bist du denn Sprit leer gerade? Nee. Also wieder Wasser wahrscheinlich. Weil das Gute ist, wir können jetzt die ganzen kleinen Teile mitnehmen, weil das hier Kühlschränke sind. Ansonsten gibt's hier ganz viel Brot. Bist du Wasser? Let's go. Und nachfüllen. Yo. Können wir dich mitnehmen? Oh, das wär insane, wenn wir das mitnehmen könnten. Stich. Gläser. Gas. Es wirft. Ist hier noch jemand? Nee. Holy. Yo, Kühlschrank. Wichtig. Sehr gut, sehr gut. Ja. Oh, das ist auch gut. Besser, besser. Was bist du? Äh, wie cool. Der hat einfach draußen geschlafen. Machen wir das mal ein bisschen hier systematisch. Money. Das ist ja fake. Hier hin. Dich. Wappata. Emil. Moin. Können wir dich mitnehmen? Hä, wie geil. Wir können Fernsehen gucken. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. So, wir nehmen das. Hat mir echt Spaß gemacht. Wäre auf jeden Fall nächste Woche wieder am Start. Und gegen Halloween maybe auch Grusel-Streams. Yo. Das ist eine gute Idee. Äh, immer gerne. Ich bin immer da. Immer Wochenende. Aber ja, hat mir auch Spaß gemacht. Yo. Oh, Blitz und Wasser. Vom, vom Himmel. Yo, let's go. Unpopular Opinion, Leute. Also es ist vielleicht irgendwie ja tief verankert in mir. Vielleicht bin ich ja auch ein Psychopath. Aber ich finde Unwetter, wenn auch Tornado und Blitz und Donner am geilsten. Ich würde direkt rausgehen und laufen. Einfach wandern. In Gewitter und Sturm. Ich weiß auch nicht. Oder das ist schon ein Anzeichen, dass ich selbstmordgefährdet bin. Kann ja auch sein. Lol. Das ist nichts. Yo, aber wie riesig. Yo, yo, yo. Ne, warte, der ist besser, oder? Bein. Yo. Wie insane bist du denn eigentlich? Sexpuppe. Wichtig. Ich brauche jemanden zum Kuscheln. Smash oder Pass, Chat? Pass. Giga Smash. Nö, ja, super. Ist aber jetzt meine. Ist meine jetzt. Kommt jetzt, glaube ich, der Sturm. Dann sammeln wir alles mal ein. So, was ist jetzt wichtig? Farbstoff. Woppa. Geil. Ärmchen. Hier rein. Warum verbuggt der Schlauch da? Müssen wir morgen weiter looten? Ich würde sagen, ich bin dann auch erstmal raus. Wir haben schon ein gutes Stück geschafft. Wir sind wieder ein bisschen runtergepreddert. Wir haben angefangen zu looten. Und ja, Mainmenü. Ich hatte 209 Kilometer immer noch die gleichen Kilometeranzahl. Aber ey, wir haben gelootet. Das war's. Das war's.